Kürzlich habe ich beim Bibellesen eine sehr interessante Stelle gefunden. Im Alten Testament, in 2. Samuel 3, war ein Vers, den ich gelesen habe, der mir sehr ins Herz gesprochen hat. Dort heißt es, und der Kampf wehrte lange zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. Ich dachte, das kenne ich auch, dass in den Kämpfen, in denen ich stehe, es einfach den Eindruck hat, es hört nicht auf. Es gibt kein Ende, es gibt keinen schnellen Sieg. Vielleicht kennst du das auch, dass in den Dingen, die dir entgegenstehen, in dem Kampf, in dem du jetzt gerade stehst, die Dinge sich nicht so schnell ordnen, wo du nicht das Ende siehst, wo es noch keinen Sieg gegeben hat. Im nächsten Satz, in diesem ersten Vers, da lesen wir, wie David das gemacht hat. Wie handelte David in dieser lang andauernden Zeit des Kampfes? David wich nicht aus, er gab nicht auf, er zog sich nicht zurück, sondern hier heißt es, und David wurde immer stärker. Warum war das so? David hatte sein ganzes Herz auf Gott ausgerichtet. Er vertraute Gott. Und in 2. Samuel 7 können wir lesen, warum es so war. Da heißt es, Gott war mit ihm in allem, was er unternahm. Gott gab ihm Sieg über seine Feinde. David vertraute Gott. David suchte seine Hilfe in Gott. David ging weiter durch den Kampf durch mit Gott. Er handelte nicht in seiner eigenen Stärke, sondern Gott war mit ihm. Und das möchte ich dir für heute ins Herz hineinsprechen. Verlass dich ganz auf Gott. Vertraue ihm. Rede mit ihm in deiner Kampfzeit. Und er wird für dich handeln. Er wird dir den Sieg über die Feinde geben. Ich weiß, Gott hat mehr für dich. Er will, dass du siegreich durch deine Kämpfe hindurchkommst. Und dass du, wie es hier heißt, immer stärker wirst. Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!